Heimüller Gartengestaltung mit Herz Hallo, mein Name ist Thorsten Heimüller. Ich bin der Inhaber und Gründer von der Heimüller Gartengestaltung EK in Steißlingen. Mein Name ist Anna Heimüller. Ich bin in unseren beiden Unternehmen tätig, in der Schweiz und in Deutschland. Mir gefällt besonders gut die Herzlichkeit in unserem Unternehmen, dass wir wie ein Familienunternehmen sind und offen für alles Neue sind. Gestaltung mit Herz ist nicht nur unser Slogan, sondern das leben wir auch. Wir versuchen als Team die täglichen Herausforderungen zu lösen. Mir gefällt der Umgang miteinander, mir gefällt der Neubau, den wir haben mit einem tollen Aufenthaltsraum, wo Tischkicker und alles drin ist. Jetzt habe ich gerade erfahren heute, dass ein Mitarbeiter eine Leinwand aufbaut, dass wir gemeinsam die Fußballspiele der WM anschauen. Das Miteinander und das, was in der Firma geboten wird und miteinander gemacht wird, gefällt mir sehr. Dann haben wir aktuell unseren Neubau. Dort entsteht unser neues Bürogebäude mit komplettem Außenplatz, Außenanlage, mit einem Mitarbeiteraufenthaltsraum, Duschen für die Mitarbeiter, WCs, alles was wir brauchen. Und den Mitarbeiterraum, den haben wir natürlich auch noch besonders gestaltet. Ich heiße Sandro Malici. Hauptsächlich bin ich Vorarbeiter. Wir bieten das alles Tollste hier, neue Maschinen haben wir, alles das Beste, was die Neustart. Sehr viele Sachen, die Erfüllung bringen hier, aber so ein Ding ist es die Kreativität. Wir machen jeden Tag was anderes. Also kein Tag ist gleich und jede Arbeit ist anders. Das ist das Beste eigentlich. Am meisten, dass die größte Erfüllung ist bei einem Garten, weil man jeden Tag arbeitet und zum Schluss das Ergebnis sieht, wie schön der Garten ist. Und wenn dann noch die Kunden zufrieden sind, das macht richtig Spaß dann. Also wenn du Lust hast, unser Team mit zu begleiten, wenn du gelernter Gärtner bist, wenn du Fachmann bist, wenn du Lust hast, mit modernen Maschinen in einem tollen Team zu arbeiten, dann bewirb dich doch bei uns. Wir bieten dir vieles. Wir suchen Landschaftsgärtner-Vorarbeiter, wir suchen Gärtner und wir suchen Pflegemitarbeiter. Ich freue mich auf dich.